Der Führer der Panther Moderns, der sich als Lukus Yonder Boy vorstellte, trug einen Polycarbonatanzug mit Rekorderausstattung, der ihm erlaubte, beliebige Dessins abzuspielen. Er saß auf der Kante meines Arbeitstisches, wie eine Verkörperung des neuesten Standes der Technik. Ich verfolgte die Farben und Konturen, die über seinen Anzug huschten. Sie haben die Kontrolle verloren. Armitage ging schlagsig zum Tisch und zog drei dicke Bündel neue Yen-Scheine aus der Trenchcoat-Tasche. New Romancer Hörspiel in drei Teilen von Alfred Behrens Nach dem gleichnamigen Roman von William Gibson Zweiter Teil Als du aus dem Haus rauskommst, leuchten die geodätischen Kuppeln des Sprawl im allerersten Morgengrauen. Du kannst nicht mehr schlafen. Das Loft fängt an, dir auf die Nerven zu gehen. In der Ferne heulen Sirenen. Ein Zug fährt vorbei. Der Boden webt unter deinen Füßen. Irgendwo liegt Molly auf irgendeinem OP-Tisch. Ziellos streift Case durch die Straßen, den Kragen hochgestellt. Plötzlich steht Yonder Boy vor ihm. Sein Anzug präsentiert im zyklischen Wechsel reine Grundfarben. Sein Anzug wurde matt-schwarz. Dann war er weg. Der ganze Mann. Der Neuromancer. Der Land, der Land des Todes, wo du mein Freund bist. Hinter der Army-Decke wartete der Finne am weißen Tisch. Mit raschen Gesten zog Molly ein Stück Papier hervor, kritzelte etwas drauf und schob es dem Finnen zu. Wintermute? Sagt dir das was? Bern. Artificial Intelligence. Für die Tessier Ashpool SA gebaut. Die Societe Anonym besitzt den Großrechner und die Originalsoftware. Wie, was Bern? Ja, künstliche Intelligenz mit unbegrenzter schweizerischer Staatsbürgerschaft. Wintermute ist der Erkennungscode. Hab die Turing-Registrationsnummern. Alles schön und gut, aber was bringt uns das? Ja, wenn eure Information stimmt, dann steckt diese KI hinter am Etage. Und wer sind die Tessier Ashpools hinter der KI? Hm, Tessier Ashpool SA? Da könnte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Fängt mit der Geschichte meines Freundes Schmidl an. Smithy hält und dealt so ein bisschen. Auch in Sachen Kunst. Sein Freund heißt Jimmy und ist sein Lieferant. Also, dieser Jimmy, der war gerade von einem einjährigen Aufenthalt im Orbit zurückgekommen und hatte dabei gewisse Dinge durch den Gravitationsschacht mit nach unten gebracht. Das ausgefallenste Stück war ein Kopf. Eine kunstvoll gearbeitete Büste aus Klosonee auf Platinen mit Staubperlen und Labislazulibersatz. Was ist das denn? Fragte Schmidl seinen Freund Jimmy. Jimmy lacht. Das Ding ist ein Computer-Terminal. Kann sprechen. Wie was sprechen? Ja, wie was scheißegal. Fakt ist, als Jimmy weg ist, er erzählt der Kopf meinem Freund Schmidl, dass Jimmy in die Villa Straylight eingestiegen ist und ihn, den Kopf, geklaut hat. Und weiter? Dann bekam Smithy Besuch. Unangemeldeten Besuch. Ein kleiner, ungeheuer höflicher Japaner, der alle Merkmale eines Labor erzeugten Ninja-Killers aufwies. Smith sitzt ganz still und blickt über dem polierten Tisch aus vietnamesischem Rosenholz hinweg in die ruhigen, braunen Augen des Todesengels. Sanft und beinah entschuldigend erzählt ihm der geklonte Killer, seine Aufgabe sei es, ein bestimmtes Kunstwerk wieder zu beschaffen. Der Ninja zückt einen Kreditschip. Es handelt sich um ein Angebot, das Schmidl nicht ablehnen kann. Jimmy stirbt. Und da komme ich ins Spiel. Ich habe an einen Cowboy angeheuert, der hat das Eis geknackt und so sind wir an die Familienadresse rangekommen. Und die lautet? Freeside. Die Spindel. Private Property. No Trespassing. Wie sich herausstellt, gehörten TAs der Laden fast zu 100%. Strukturiert wie eine GmbH. Da haben wir also eine sehr stille, sehr exzentrische Orbit-Familie der ersten Generation vor uns, die wie ein Großunternehmen geführt wird. Viel Geld, sehr medienscheu, viel Cloning. Man verliert leicht den Überblick, welche Generation oder Kombination von Generationen zu einem bestimmten Zeitpunkt den Laden schmeißt. Wieso? Die haben eigene Kryogenanlagen. Anscheinend führen sie den Laden immer abwechselnd, obwohl der Gründungsvater seit 30 Jahren nicht mehr gesehen worden ist. Die Gründungsmutter ist bei einem Laborunfall umgekommen. Und was ist mit deinem Schmiddel passiert? Nichts. Er hat die Sache fallen lassen. Wir haben uns das unglaubliche Wirrwarr von Vollmachten im Besitz der Tessier Ashpools kurz angesehen und das war's. Smith hat beschlossen, das Ganze zu vergessen. War vielleicht gar nicht so dumm von ihm. Okay, okay, okay. Schöne Geschichte. Aber was bringt uns das? Mit der Flatline könnte uns das nach Istanbul bringen. Was wollen wir in Istanbul? Peter Riviera? Peter Riviera. Wenn ihr in die Straylight rein wollt, in die Spitze der Spindel, dann braucht ihr Peter. No Peter, no cry. And watch out for the ninja. Der Finne wartete in einem neuen Sarariman-schwarzen Shinjuku-Anzug, verdrießlich im Foyer des Istanbul-Hilton. Er hockte wie ein Schiffbrüchiger in einem Veloursessel, inmitten eines Meeres hellblauer Teppichböden. Case und Molly durchquerten das Foyer. Wie viel kriegst du für die Reise hierher, Finne? Bestimmt nicht so viel wie dafür, dass du diesen Anzug trägst, was? Nicht genug, Schätzchen. Hier ist euer Schlüssel. Es hat bereits angemeldet. Der Chef ist schon oben. Diese Stadt ist das Letzte. Wenn du Platzangst kriegst, holen wir dich schon raus. Tu einfach so, als wär's Brooklyn. Ihr Zimmer hätte das in Chiba sein können, wo Case Amitash kennengelernt hatte. Er trat ans Fenster, ins Morgenlicht und erwartete fast, die Bucht von Tokio zu sehen. Gegenüber stand ebenfalls ein Hotel. Es regnete. Ein paar Briefschreiber hatten sich in Hauseingänge geflüchtet, mit ihren alten, in Plastikfolie gehüllten Sprachdruckern, was bewies, dass hier das gedruckte Wort noch ein gewisses Ansehen genoss. Es war ein lethargisches Land. Er beobachtete, wie eine mattschwarze, primitiv auf Wasserstoff umgerüstete Citroën-Limousine fünf finster dreinblickende türkische Offiziere in zerknitterten grünen Uniformen ausspuckte. Sie betraten das gegenüberliegende Hotel. Gleich darauf klopfte es an der Tür. Herein! Terzibashian hielt ein schwarzes Hilton-Tablett mit drei kleinen, herrlich duftenden Tassen, starken schwarzen Kaffees und drei klebrigen, strohgelben Stückchen einer orientalischen Süßigkeit. Wir müssen, ähm, how do you say it in English? Take it easy. Ganz besonders, du musst mit deinen Gläsern aufpassen. In der Türkei missbilligt man Frauen mit solchen Modifikationen. Das ist mein Bier, Kamerad. Ich weiß über dich Bescheid. Du bist ein Militärspitzel, stimmt's? Ihre Hand glitt träge in ihre Jacke und kam mit der Flechette wieder heraus. Ganz easy, bitte. Bitte, kein Trouble, wie in Englisch sagt. Ein beschissener Morgen ist das. Nun erzähl uns von deinem Mann und dann schaff deinen Arsch hier raus. Er wohnt in Fener, in der Küchük Gülhanija DC 14. Ich habe seine Tunnelroute, die er jeden Abend zum Bazar nimmt. Er tritt seit kurzem in Jenischir Palace Hotel auf, einem modernen Laden im Touristikstil. Ich will über die Implantate Bescheid wissen. Ich will genau wissen, was er drauf hat. Am schlimmsten ist, as you say it in English, the subliminals, das Unterschwellige. Die Gasse war alt, zu alt. Die Mauern waren aus dunklem, behauenen Stein und das holprige Pflaster stank nach dem ausgelaufenen Benzin von 100 Jahren, das sich im alten Kalkstein festgesetzt hatte. Ich sehe rein gar nichts. Damit kommt unser Schätzchen schon klar. Still! Ganz easy. Holz knarrte auf Stein oder Beton. Zehn Meter weiter vorn in der Gasse fiel ein gelber Lichtkeil aufs nasse Pflaster. Wurde breiter. Jemand trat heraus und die Tür ging knarzend zu. Es wurde wieder dunkel in der engen Gasse. Jetzt! Ein gleißend heller Lichtstrahl vom Dach des gegenüberliegenden Gebäudes lässt die schlanke Gestalt neben der alten Holztür erstarren. Funkelnde Augen schießen nach links und rechts. Dann sagt der Mann zusammen. Der Lichtstrahl bewegt sich keinen Millimeter. Am Rücken des Gestürzten wölbt sich der Jackettstoff hoch und platzt auf. Blut spritzt auf Wand und Tür. Zwei unwahrscheinlich lange, sehnige Arme recken sich pinkgrau ins grelle Licht. Das Ding scheint sich selber durch den leblosen, blutbesudelten, entstellten Riviera hindurch aus dem Boden zu ziehen. Es ist zwei Meter hoch, steht auf zwei Beinen und scheint keinen Kopf zu haben. Dann dreht es sich langsam zu uns um und ich sehe, dass es doch einen Kopf hat, aber keinen Hals besitzt. Im Gesicht fehlen die Augen. Tezibajian schreit etwas auf Griechisch oder Türkisch und wirft sich dem Ding entgegen, die Arme vorgestreckt, als wollte er durch ein Fenster hechten. Er rennt hindurch und ins Mündungsfeuer einer Pistole im Dunkeln hinter dem Lichtkegel. Der Scheinwerfer auf dem Dach erlosch. Nach Bilder von Mündungsfeuer, Monster und gleißendem Licht schwirrten Case wild durcheinander im Kopf herum. Ihm dröhnten die Ohren. Dann ging der Scheinwerfer wieder an. Diesmal wanderte er hin und her und suchte das Dunkel ab. Terzibajian lehnte an einer Stahltür, das Gesicht kreidebleich im grellen Licht. Er hielt sich das linke Handgelenk und starrte auf das Blut, das aus einer Wunde an seiner Hand tropfte. Der blonde Mann zu seinen Füßen war wieder heil. An seinem Körper war kein Tropfen Blut zu sehen. Ganz in Schwarz gekleidet trat Molly aus der Dunkelheit hervor. Sie hielt die Flechette in der Hand. Dann bückte sie sich und hob etwas auf. Eine Pistole. Eine Nambu. Hübsche Knarre. Was wollen wir überhaupt von diesem Riviera? Weiß der Teufel. Ich könnte den Kerl umbringen, wenn ich ihn durchsehe. Hat mir sein Profil angeschaut. Er ist eine Art zwanghafter Judas. Kriegt nur einen hoch, wenn er weiß, dass er die Objekte seiner Begierde später verraten wird. Sehr krass. Und sie müssen ihn zuerst einmal lieben. Vielleicht liebt er sie ja auch. Krank. In drei Jahren hat er 18 Dissidenten verpfiffen. Alles Frauen zwischen 20 und 25. Ich werde wohl eine Spezialversicherung gegen diesen Typen abschließen müssen. Spezialversicherung? Vergiss es. Zeit zum Packen. Oh, nicht schon wieder. Was für ein Klima? Da gibt's kein Klima. Bloß Wetter. Hier. Lies dir den Flyer durch. Molly ging ins Bad. Case griff sich den Flyer. Teuer aufgemachter Prospekt auf Französisch, Englisch und Türkisch. Freeside. Warum warten? Für das Quartett war ein THY-Flug vom Flughafen Yeşilköy. Geburt. In Paris Transfer zum JAL-Shuttle. Case beobachtete Riviera, der sich hinter den Glasfenstern des Duty-Free-Shop nachgemachte byzantinische Fragmente ansah. Armitage stand, den Trenchcoat wie ein Cape über die Schultern drapiert, am Eingang des Shops. Riviera war schlank und blond, hatte eine sanfte Stimme und sprach fließend akzentfreies Englisch. 30 Jahre alt, startenlos, gefälschter niederländischer Reisepass. Der ganze Mann, ein Produkt der Schuttwelle, die den radioaktiven Kern des alten Bonn umschließen. Drei lächelnde japanische Touristinnen trippelten in den Shop und nickten Armitage höflich zu. Armitage durchquerte den Shop zu schnell und zu offensichtlich und baute sich neben Riviera auf. Riviera wandte sich ihm lächelnd zu. Case sah, wie seine blassen Hände über die imitierten Skulpturfragmente glitten. Riviera verhielt sich nicht wie jemand, der die Nacht zuvor angegriffen, mit einem Giftpfeil betäubt, verschleppt, den Tests des Finnen unterzogen und von Armitage gezwungen worden war, seinem Team beizutreten. Case schaute auf die Uhr. Er brauchte Zigaretten für den Flug. There were Zigaretten in der Duty-Free Shop, aber ich hatte nicht zu viel reden, mit Armitage oder Riviera. Ich locatede eine Vending Console in einer nahe Alcove an der Ende der Rang von Payphones. Suddenly, die Telefonkirchen neben mir rang. Automatisch, ich habe es aufgenommen. Hallo Case. Winter Mute. Es ist Zeit, wir sprechen. Don't you want to talk, Case? I hung up. On my way back, I had to walk the length of the Rang phones. Each rang in turn, but only once as I passed. I want to say first, I was so nice to see someone in a young kid here today. Ice. Black. Illegal form of ice that kills with neural feedback. Schwarzes ice. Illegale Variante von ice. Kann durch neurales Feedback Eindringlinge und Hacker töten. Icebreaker. Programm, das Firewalls knackt. Kuang Grade Mark 11. Chinese Icebreaker. Kuang Grade Mark 11. Chinesischer Eisbrecher. Langsamer Virus, der innerhalb von sechs Stunden in militärische Netzwerke oder Systeme der künstlichen Intelligenz eindringt. Ono Sendai, ein Hosaka Cyberdeck. Ono Sendai, Ono Sendai Cyberspace 7. Ein Hosaka Cyberdeck. Archipel, die Inseln, Torus, Spindel. Freeside. Freeside bedeutet vielerlei. Meins ist davon bleibt den Touristen, die durch den Schacht pendeln jedoch verborgen. Freeside ist Bordell und Bankenkondomerat. Vergnügungspark und Freihafen. Grenzstadt und Kurort. Freeside ist Las Vegas und die hängenden Gärten von Babylon. Orbitalis, Genf. Und Heimstadt, eine mit höchster Sorgfalt veredelten Inzuchtfamilie des Industrieclans von Tissier und Ashpur. Du warst doch schon mal oben, oder? Nein, ich reise nicht viel. Höchstens geschäftlich. Der Steward brachte an seinem Handgelenk und am linken Ohr Messelektroden an. Hoffentlich kriegst du kein SAS. Luftkrankheit? Garantiert nicht. Ist nicht dasselbe. Bei 0G beschleunigt dein Herzschlag und dein Innenohr schnappt über. Löst deinen Fluchtreflex aus, als würdest du ein Signal kriegen, so schnell wie möglich wegzurennen. Schüttet eine Menge Adrenalin aus. Der Steward ging weiter zu Riviera und zog einen neuen Satz Troden aus seiner roten Plastikschürze. Case blickte zur Seite und versuchte die Umrisse des alten Orly-Terminals auszumachen. Aber die Shuttle-Rampe wurde von Strahlabweisern aus nassen Beton abgeschirrt. Auf dem Pfeiler vor dem Fenster war ein arabischer Slogan in roter Farbe gesprüht. Ich schloss die Augen und redete mir ein, das Shuttle sei nur ein großes Flugzeug, das sehr hochfliegen würde. Es roch wie ein Flugzeug, nach neuer Kleidung, Kaugummi und Abgasen. Ich lauschte der vor sich hindudelnden Cotto-Musik und wartete. 20 Minuten. Dann presste die Schwerkraft mich nieder wie eine weiche Riesenhand mit Knochen aus uraltem Gestein. Vom Landeterminal nahmen sie ein Taxi nach Zion, um sich in der Schwerelosigkeit zu akklimatisieren. Rastafaria. Die Kolonie war schon 30 Jahre alt. Zion war von fünf Arbeitern gegründet worden, die nicht mehr nach Hause wollten, die dem Schach den Rücken gekehrt und zu bauen begonnen hatten. Sie litten unter Calciumverlust und Herzschrumpfung, bevor die Rotationsschwerkraft im Mitteltorus der Kolonie eingerichtet war. Der Cyberspace, wie ihn der Hosaka präsentierte, hatte keinen bestimmten Bezug mehr zu dessen physischem Standort. Als Case einsteckte, fiel sein Blick auf die vertraute Konfiguration der Aztekischen Datenpyramide, der Eastern Seaboard Fission Authority. Wie geht's, Dixi? Ich bin tot, Case. Hatte genug Zeit in diesem Hosaka, um das rauszukriegen. Was ist das für ein Gefühl? Überhaupt keins. Stört dich das? Was mich stört, ist, dass mich nichts stört. Tu mir einen Gefallen, Case. Was denn, Dix? Wenn du mit deiner Scheiße fertig bist, lösch dieses verdammte Ding. Bist du sicher? Freeside. Bitte treten Sie doch näher zur Ton-Dia-Show, meine Damen und Herren. Was sehen wir? Da sind Casinos, Hotels, gehobene Eigentumswohnungen, Einkaufszentren hier entlang. Die blauen Flächen sind See. Verdammt viel Wasser. Große Zigarre, verjüngt sich an den Enden. Bergeffekt, wo sie schmaler wird. Gelände wird scheinbar steiler und felsiger, lässt sich aber gut besteigen. Je höher man klettert, desto geringer wird die Schwerkraft. Sportanlagen da oben. Da ein Velodrom. Sehr schön. Ich werde mir ein Henrad mieten. Das ist die Villa Strayla. Steiler Aufstieg aus der Schwerkraft heraus. Und jeder Zugang wird streng überwacht. Es gibt nur einen einzigen Eingang. Hier. Genau in der Mitte. Null Gravitation. Was ist da drin, Boss? Peter, du wirst der Erste sein, der das rauskriegt. Du holst dir eine Einladung. Sobald du drin bist, sorgst du dafür, dass Molly reinkommt. Case starrte in die Leere, die Straylight darstellte, und musste dabei an die Story des Finnen denken. Smith, Jimmy, der sprechende Kopf und der Ninja. Kann man Näheres erfahren? Ich muss mir schließlich überlegen, was ich anziehen soll. Merkt euch die Straßen. Diese Dorada Street, Rue Jules Verne. Mary France, my lady, she prepared this robe, but her lord choked her off, before I could read the book of her days. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Katzenauge. Wir nennen dich auch Wandlendes Messer. Ich heiße Malcolm Schwester. Brüder wollen sich mit dir und Cowboy unterhalten. Welche Brüder? Na, die Ältesten. Die zwei noch lebenden Gründer Zions waren Kreise. Sie schwebten inmitten eines gemalten Urwalds aus buntem Laubwerk. Ich stamme aus Los Angeles. Vor langer Zeit bin ich den Gravitationsschacht heraufgekommen. Fort von Babylon. Um die Stämme heimzuführen. Bald kommen die letzten Tage. Stimmen. 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 Stimmen rufen aus der Wüste und Prophezeien Babylones Untergang. Wir überwachen viele Frequenzen. Wir hören ständig Mut. Und aus dem Babel, der Zungen, er hob sich eine Stimme und sprach zu uns. Spielte uns einen Magwohlen dar. Wintermute, der Stimme. Case bekam eine Gänsehaut. Die Stimme sagte, wir sollen euch helfen. Wann war das? 30 Stunden, bevor ihr an Zion angelegt habt. Habt ihr diese Stimme schon früher gehört? Nein. Und wir wissen nicht, was sie uns sagen will. Wenn diese die letzten Tage sind, müssen wir mit falschen Propheten rechnen. Das ist eine KI, versteht ihr? Eine künstliche Intelligenz. Die Musik, die sie euch vorgespielt hat. Wahrscheinlich hat sie einfach eure Speicher angezapft und irgendwas zusammen gemixt, von dem sie gedacht hat, das wollt ihr. Was für eine Botschaft hatte die Stimme. Sie gab uns Befehl, euch zu helfen. Auf, dass ihr als Werkzeug der letzten Tage dienen mögt. Sie befahl uns, euch Malcolm zur Seite zu stellen. Er soll euch mit seinem Schlepper Gabi zum babylonischen Hafen von Freeside kommen. Malcolm, ein harte Person. Tüttiger. Philo. Doch wir schicken auch Errol mit für Babylon-Rocket. Ihr soll über den Garten fahren. Arbeitet ihr für Armitage oder was? Unser Gesetz ist Jazzwort. Willkommen wird euch begreiten. Ja, lau, Sylvester. Tessier-Marie-France. Erben eines Familienvermögens, das auf neun Patenten auf dem Gebiet der angewandten Biochemie beruht. Heiratet John Ashpool, Mutter von John und Jane Ashpool, die jeweils zehnmal geklont werden. Mit ihrem unternehmerischen Talent verwandelt sie die neu gegründete Freeside-Kolonie in einen hochprofitablen Datenhafen. Wintermute, künstliche Intelligenz in der Schweiz, Eigentum der Tessier-Ashpool-Societé Anonyme. Wintermute reaktiviert Armitage Corto, der ihm bei dem Run auf die Villa Straylight helfen soll. Durch diesen Run will sich Wintermute aus den Fesseln der Kapazitätseinschränkungen durch das Turing-Register befreien und sich mit Neuromancer, seiner Zwillings-KI, vereinen. Yonder Boy, Lupus, Führer der Panther Moderns, pinkfarbenes Haar, massenweise Microsofts hinter dem linken Ohr, modifizierte, katzenähnliche Pupillen, trägt einen Polycarbonat-Anzug mit Aufnahmefunktion. Der Schlepper Markus Garvey, eine Stahltrommel von neun Metern Länge und zwei Metern Durchmesser, ächzte und rüppelte, als Melkom die Steuerdüsen zündete. Case rückte die Toten zurecht. Die Markus Garvey war um einen riesigen alten russischen Luftskrabber herum zusammengebastelt worden. Das eckige Ding war mit Rastafari-Symbolen beschmiert, mit Löwen von Zion und Schiffen, Black Star Line. Und das Rot-Grün-Gelb überdeckte wortreiche Aufkleber in kyrillischer Schrift. Case steckte ein. Dixi? Ja? Schon mal probiert, ne KI zu knacken? Ja, war mein erster Hirntod. Hab ein bisschen rumgespielt, bin ganz weit oben eingestiegen. Großer Handelssektor bei Rio. Hochfinanz, Multis, brasilianische Regierung. Wie ein Christbaum hat das geleuchtet. Bloß so zum Spaß. Und dann hab ich mir den Würfel vorgenommen. Vielleicht drei Stufen höher. Bin rauf und hab einen Versuch gestartet. Wie hat sie ausgesehen, rein optisch? Ein weißer Würfel. Woher wusstest du, dass es eine KI war? Woher ich das wusste? Mann, das war das dichteste Eis, das mir je untergekommen war. Was sollte es denn sonst sein? Die Militärs da unten haben sowas nicht. Jedenfalls hab ich ausgesteckt und meinen Computer nachsehen lassen. Und? War im Turing-Register verzeichnet. KI. Der Großrechner in Rio gehörte einer Franzosenfirma. Case körrt auf seiner Unterlippe herum und starrt über die Plateaus der Eastern Seaboard Fission Authority in die endlose neuroelektronische Lehre der Matrix. Dix. Tessier Ashpool, Dixie. Tessier, ja. Und dein EEG war flach. Tja, das ist der Stoff, aus dem die Legenden sind, nicht wahr? Dix, ich will mir eine KI in Bern anschauen. Spricht irgendwas dagegen? Eigentlich nicht. Sofern du keine krankhafte Angst vor dem Tod hast. Der Mann auf dem Plastikband sieht wie Terror. Er schlägt mich an. Ich kann nicht sagen, warum. Case wählt den Schweizer Bankensektor an. Der Cyberspace flimmert, verschwimmt, geliert. Die Eastern Seaboard Fission Authority ist weg. Besetzt vom kühlen geometrischen Geflecht des Züricher Bankensystems. Case wählt Bern an. Rauf, die ist bestimmt ganz oben. Sie klettern. Gitter aus Licht. Flirrende Stufen. Blaues Geflacker. Wintermute ist ein schlichter Würfel aus weißem Licht. Die einfache Form lässt auf extreme Komplexität schließen. Sieht ganz harmlos aus, was? Aber wehe, du berührst das Ding. Ich probiere reinzukommen, Dix. Na dann, viel Spaß. Das Ding weiß, dass wir hier sind. Ein getupfter, grauer Kreis formt sich auf der Würfelfläche. Dixi, zurück schnell! Die graue Fläche wirbt sich, wird zur Kugel und löst sich vom Würfel ab. Case spürt, wie sich die Kante des Decks in seine offene Hand gräbt, als er Max Reverse drückt. Die Matrix weicht flimmernd zurück. Sie stürzen den düsteren Schacht der Schweizer Banken hinunter. Case blickt nach oben. Die Kugel wird immer dunkler. Sie stürzt auf ihn herab. Kalter Stahlgeruch. Eis umschmiegt seine Wirbelsäule. Und Gesichter spähen aus einem Neonwald herein. Matrosen und Gauner und Huren unter einem giftigen Silberhimmel. I hear your name, call me like love to me. I'm in the blue, I've seen the light. Could it be a time and a time to night? Regen weckt dich. Ein träger Nieselregen. Deine Füße sind in den Schlingen ausrangierter Glasfasern verheddert. Das Getöse der Spielhalle schwappt über dich hinweg. Auf der NINSEI taxierst du die Menge. Freitag. Es muss Freitag sein. Linda ist wahrscheinlich in der Spielhalle. Ein Matrose in weißem T-Shirt landet an der Tank-War-Konsole einem Nukleartreffer auf Bonn. Azurblauer Blitz. Linda ist ganz ins Wizards Castle vertieft. Der dunkle Eyeliner um die grauen Augen ist verwischt. Hey, wie geht's? Sie ist nass aus. Du küsst sie. Jetzt hast du mir das Spiel verpatzt, zieh dir das an, du Arsch. Ich bin im Verlies, im siebten Keller und jetzt haben mich die verdammten Vampire erwischt. Sie ist hier ziemlich fertig aus. Wo bist du denn gewesen? Keine Ahnung. Bist du Highcase? Säufst du wieder? Oder hast du so ins Dex eingeworfen? Kann sein. Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Willst du mich auf den Arm nehmen oder was? Hm? Nein. Wo eine Art Blackout bin. Bin auf der Straße aufgewacht. Vielleicht hat dich jemand flachgelegt, Baby. Hast du noch deine Knete? Case schüttelt den Kopf. Warst du's? Brauchst du was zum Pennen, Case? Glaub schon. Dann komm. Linda greift nach seiner Hand und zieht ihn mit sich. Erst mal holen wir dir einen Kaffee und was zu essen, dann gehen wir zu mir. Schön, dich zu sehen. Case lächelt sie an. Dann knackt es. Die Spielhalle erstarrt. Er zittert. Linda ist weg. Das Gewicht der Erinnerung senkt sich schwer auf Case herab. Der Matrose in weißem T-Shirt ist weg. Die Spielhalle ist leer und still. Ich hatte doch ne Zigarette. Ich hatte ne Zigarette. Ne Frau. Und nen Platz zum Pennen. Hörst du mich, du Hurensohn? Hörst du mich? Case lässt sich Zeit, als er die Treppe zu Julius Deans Büro hinaufsteigt. Die schlaffe Dali-Uhr geht nach wie vor falsch. Es liegt Staub auf dem Kandinsky-Tisch. Es ist niemand da. Case findet die Kanone in einem rissigen Lederhalfter. Mit dem Revolver in der rechten stellt Case sich mitten ins vollgestopfte Büro. Er zielt auf den Schreibtisch und drückt ab. Der Rückstoß bricht ihm fast das Handgelenk. Das wäre aber nicht nötig gewesen, alter Knabe. Es gilt, eine gewisse innere Logik zu beachten. Wenn du das Schießeisen benutzt, dann bekommst du ne Menge Hirn und Blut zu sehen. Es würde mich einige Stunden kosten, in deiner subjektiven Zeit, einen neuen Speicher einzusetzen. Neben Linda tut es mir leid. Ich wollte dich wohl zu dir fürchten. Ich konstruiere das alles aus deinem Inneren. Das ist die Matrix. Du bist Winters. Zur Sache. Hallo Case. Winter Mute. It's time we talk. Don't you want to talk, Case? Zur Sache. Du fragst dich, was ist Winter Mute? Hab ich recht? Mehr oder weniger. Dein Fehler an sich ein ganz logischer ist, dass du den Winter Mute Mainframe in Bern mit der Entität Winter Mute verwechselst. Über die andere KI im Tessier-Espulverbund weißt du bereits Bescheid, oder? Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige, der hinter Armitar steht. Oder hinter Korto. Oder hinter Korto. Was du da redest, ist genauso wirr wie die ganze Sache bisher. Stimmt die Korto-Story. Ich improvisiere. Ich improvisiere. Das ist meine große Stärke. Wir sind Situationen, liebe Halspläne. Es hat sehr lange gedauert, das Team, zu dem du gehörst, auf die Beine zu stellen. Korto war der Erste. Und er hätte es beinahe nicht geschafft. Ganz schön fertig im Toulon. Essen, scheißen und masturbieren. Zu mehr war er kaum fähig. Aber die zugrunde liegende Struktur von Obsessionen war vorhanden. Screaming Fist, sein Verrat, die Kongress-Ausschüsse. Er wird sich an dir spalten, Case. Ich zähle auf dich. Das ist aber schön, du Arschloch, sagte Case und schoss ihm mit der 357er in den Mund. Es stimmte das mit dem Hirn und dem Blut. Das gefällt mir nicht. Kein EEG, 40 Sekunden lang. Verdammt. Ist alles okay. Mmh. EEG flach wie ein Brett. Die Zollformalitäten für Freeside beschränkten sich auf den Nachweis der Zahlungsfähigkeit. Das erste, was ich sah, als wir in die Spindel kam, war ein Café der Kette Beautiful Girl. Willkommen in der Rue Jules Verne. Case trat auf den Balkon des Freeside Interconti hinaus und sah drei braungebrannten französischen Teenagern beim Drachenfliegen zu. Dreieckige Nylonsegel in leuchtenden Primärfarben kreisten wenige Meter über der Gischt plätschernder Stromschnellen. Die extreme Künstlichkeit. Echt wie Simstim. Früher wollten wir mal herkommen. Entweder hierher oder irgendwo nach Europa. Wer wir? Niemand, sagte sie mit einem unwillkürlichen Achselzucken. Das schmale Band des Lado-Ackerson-Systems glomm in der abstrakten Imitation eines Sonnenuntergangs auf den Bermudas, durchsetzt von aufgezeichneten Wolkenfetzen. Wir sollten jetzt schlafen gehen. Der Schlaf ließ auf sich warten. Als er sich schließlich einstellte, brachte er Träume mit sich, die wie sauber editierte Erinnerungsfetzen anmuteten. I hear your name Linda Wintermute Nachbilder Augenflimmern Dann dämmerte am Himmel das aufgezeichnete Morgengrauen. Sie frühstückten auf dem Dach des Hotels. Von einem Nachbartisch wehten französische Wortfetzen herüber, die seine Aufmerksamkeit erregten. Die goldenen Kinder, die er am Abend zuvor beim Drachenfliegen über dem Dunstschleier des Flusses gesehen hatte. Jetzt bemerkte er, dass ihre Bräune ungleichmäßig war. Ein Schabloneffekt, der von selektiven Melaninverstärkern herrührte. Verschiedene Brauntöne überlagerten einander in geradlinigen Mustern, fassten Muskeln ein und betonten sie. Die kleinen, festen Brüste des Mädchens. Der Unterarm eines Jungen auf dem weißen Emalitisch. Auf Case wirkten sie wie Rennmaschinen. Sie hätten eigentlich Aufkleber ihres Haarstylisten, des Designers ihrer weißen Segeltuchhosen, sowie der Schöpfer ihrer Ledersandalen und ihres einfachen Schmucks tragen müssen. Dahinter saßen an einem anderen Tisch drei japanische Ehefrauen in Hiroshima-Sackleinen, die auf ihre Sarachi-Männer warteten. Die ovalen Gesichter waren von künstlichen Blutergüssen bedeckt. Ein äußerst konservativer Stil, den Case in Chiba selten zu Gesicht bekommen hatte. Was riecht denn da so? Das Gras. Riecht so, wenn's frisch gemäht ist. Hey, hey, hey. Mach's so cool, Mann. Danke. Vom Raumanzug befreit, zieht Case sich behutsam über den Horssackler und schlüpft in die Netzgurte. Hey, vor zwei Stunden hab ich ne Lieferung aus Babylon für dich angenommen. Nette Japaner-Boy. Mann, ganz tolle Jagd, das. Mal sehen, was wir da haben. Dem verschlüsselten Datentransfer von Bokris Systems GmbH Frankfurt zufolge enthält die Sendung das Penetrationsprogramm Kuang Grade Mark 11. Bokris teilt mit, das Interface ist kompatibel mit ONU-Syndai Cyberspace 7 und bietet optimale Penetrationsmöglichkeiten, insbesondere bei existierenden Militärsystemen. Wie steht's mit einer KI? Existierende Militärsysteme und künstliche Intelligenzen. Wie hat sich das genannt? Kuang Grade Mark 11. Chinesisch? Ja. Wem gehört Bokris, die Firma in Frankfurt? Bitte warten. Inter-Orbital-Transmission. Case trommelt mit den Händen auf den ONU-Syndai und steckt ein. Dixie, was weißt du über chinesische Virusprogramme? Nicht gerade wahnsinnig viel. Schon mal was von einer Gattung namens Kuang Mark 11 gehört? Nein. Also ich hab hier einen benutzerfreundlichen chinesischen Eisbrecher auf einer Einmalkassette. Irgendwelche Leute in Frankfurt behaupten, er könnte eine KI knacken. Gut möglich. Wenn er vom Militär ist. Sieht so aus. Jetzt hör mal zu, Dix, und hilf mir mit deinem Hintergrundwissen, okay? Ich tue, was ich kann, Case. Armitage plant anscheinend einen Run auf eine KI, die Tessier Erschburg gehört. Der Mainframe steht in Bern, ist aber mit einem anderen in Rio verbunden. Der in Rio ist derjenige, der dich das erste Mal hirntot gemacht hat. Sieht so aus, als liefe die Verbindung über Straylight, die Homebase von TA am Ende der Spindel. Und als sollten wir uns mit dem chinesischen Eisbrecher Zugtritt verschaffen. Wenn also Wintermute hinter der ganzen Sache steckt, bezahlt er uns dafür, dass wir ihn verbrennen. Sieht so aus. Du hast recht. Er will sich selbst verbrennen. Und etwas, das sich Wintermute nennt, versucht dauernd sich an mich ranzuschleimen, damit ich Armitage aufs Kreuz lege. Was soll das? Das Motiv ist echt ein Problem bei einer KI. Nicht menschlich, verstehst du? Le Restaurant Vontium Circo proudly presents The Holographic Cabaret of Mr. Peter Riviera. Riviera leuchtet. Das Licht umgibt ihn wie eine Haut und erhält den dunklen Vorhang hinter der Bühne. Riviera lächelt. Er trägt eine weiße Smokingjacke. Auf dem Revier glühen blaue Kohlen im Schlund einer schwarzen Melke. Heute Abend möchte ich Ihnen ein längeres Stück darstellen. Ein neues Werk. Ein Rubin aus kaltem Licht formt sich auf der Handfläche seiner erhobenen Rechten. Er lässt ihn fallen. Eine graue Taube flattert vom Aufschlagspunkt empor und entschwindet in die Schatten. Das Werk trägt den Titel Die Puppe. Ich möchte die heutige Premiere Lady Three Jane Marie-France Tessier Ashpool widmen. Und einer anderen Dame. Allmählich formieren sich schwache Lichtzeilen, vertikal und horizontal und bilden einen offenen Würfel um die Bühne. Mit einem Mal füllt sich der gespenstische Würfel und wirrt zum Zimmer, dem die vierte Wand fehlt, sodass das Publikum hineinsehen kann. Riviera hebt den Kopf, hält die Augen jedoch geschlossen. Ich lebe schon immer in diesem Zimmer. Ich weiß nicht mehr, wann ich anfing, von ihr zu träumen. Wenn ich einen Teil von ihr sichtbar machen könnte, überlegte ich nur einen winzigen Teil. Wenn ich den deutlich sehen könnte. In brillanter Schärfe. Eine Frauenhand liegt nun auf der Matratze neben Riviera. Ihre Hand. Die Handfläche nach oben. Die Finger bleich. Riviera beugt sich vor, hebt die Hand auf und streichelt sie sachter. Ihre Die Finger bewegen sich. Fingerkuppen. Riviera führt die Hand an seinen Mund und leckt die Fingerkuppen. Die Nägel sind burgunderrot lackiert. Die burgunderrot. Die Vorstellung läuft mit einer eigenen surrealistischen Logik ab. Als nächstes kommen die Arme, dann die Füße, die Beine. Ihre sehr schöne Beine. Sehr schönen Beine. Case brummt der Schädel. Seine Kehle ist trocken. Er trinkt den Wein aus, der vor ihm steht. Riviera liegt nun im Bett. Nackt. Viera. Dann bildet sich der Rumpf, dem Riviera mit seinen Liebkosungen Gestalt verleiht. Verriss. Weiß. Kopflos. Darm. Und vollkommen. Mit einem Film von schimmerndem Schweiß. Mollys Körper. Case starrt mit offenem Mund zur Bühne hin. Aber es ist nicht Molli. Es ist Molli, wie Riviera sie sich vorstellt. Die Brüste stimme nicht. Die Warzen sind größer. Zu dunkel. Riviera und der gliederlose Torso wälzen sich auf dem Bett. Und die Hände mit den leuchtenden Nägeln kriechen über sie hin. Du wirfst Molli einen raschen Blick zu. Ihr Gesicht ist ausdruckslos. Die Farben von Rivieras Projektion blitzen und wabern in ihren Linsen. Armitage sitzt von übergebeugt da. Die Hände am Stiel seines Weinglases. Die hellen Augen starr auf die Bühne, den leuchtenden Raum gerichtet. Nun sind Glieder und Torso miteinander verschmolzen. Riviera durchläuft ein Zittern. Der Kopf ist dran. Das Bild komplett. Es ist Mollys Gesicht. Ihre Augen liegen unter stillen Quecksilberspiegeln verborgen. Riviera und das Molli-Abbild beginnen, mit neu entfachter Heftigkeit zu kopulieren. Du stehst auf und taumelst zur Tür. Case kotzte über ein Rosenholzgeländer in die stillen Wasser des Sees. Kniend und die Wange ans kühle Holz gepresst, blickte er über den seichten See zum hellen Lichthof der Rue Jules Verne. Case hatte so etwas wie Rivieras Cabaret schon früher gesehen. Als er ein Teenager war, hatte man es im Sprawl Realtraum genannt. Jubel aus dem Restaurant. Applaus. Du richtest dich auf und gehst ins Ventim Circle zurück. Mollys Stuhl war leer. Die Bühne ebenfalls. Wo ist sie? Weg. Sie macht sich bereit. Auf dem Run seid ihr wieder zusammen. To call up a demon, you must learn its name. Men dreamed that once, but now it is real in another way. You know that case. Your business is to learn the names of programs, the long formal names, names the owners seek to conceal, true names. Neuromancer. Als Case das Restaurant verließ, bemerkte er die zwei jungen Franzosen mit ihrer Freundin, die auf das Boot zum anderen Ufer und zum nächsten Casino warteten. Malcolm nahm beim fünften Klingelton ab. Malcolm, hast du ein Modem? Ja, Mann. Navigations-Computer. Gut. Häng's an meinen Hosser-Car. Dann schalt das Deck ein. Ist der geriffelte Knopf. Yo, cool, Bro. Eis aufbauen. Sie sprechen von einem stark überwachten Ort aus. Scheiß drauf. Schalt die Konstruktion zu. Dixi? Hallo, Case. Dix, Du wirst jetzt hier einsteigen und mir was besorgen. Meinetwegen ganz offen. Molly ist irgendwo hier drin. Und ich will wissen, wo. Ich bin in 335 im Intercontinental. Sie war auch hier gemeldet, aber ich weiß nicht, unter welchem Namen. Steig über die Leitung ein und geh deren Unterlagen für mich durch. Rose Colotney. Abgereist. Ein aufgezeichnetes Morgengrauen kroch rosarot und düster über dem Lado-Ackerson-System herauf. Case zwang sich, in einem Café an der Desiderata Street ein Omelette zu essen, einen Schluck Wasser zu trinken und seine letzte Zigarette zu rauchen. Er hatte seinen Zorn noch. Der Zorn war in der Spielhalle hochgekommen, als Wintermute den Simstem-Geist von Linda Lee auslöschte. Und damit die simple animalische Hoffnung auf Essen, Wärme und einen Platz zum Schlafen zerschlug. Der Zorn war seltsam. Case konnte ihn nicht richtig einordnen. Du fährst mit dem Aufzug in deine Etage und kramst in deiner Tasche nach dem Freeside-Kreditschip, der dir als Schlüssel dient. Sie erwarten dich schon. Alle drei. Das Mädchen sitzt auf einem Korbsofa. Eine automatische Pistole nimmt sich auf dem Blattmuster des Polsters. Turing. Sie sind verhaftet. Neurochirurgie. Implantate, Nervenspleißen, Mikrobionik und so weiter. Night City. Old area between port and city of Tokyo. Night City. Altes Viertel zwischen Hafen und Zentrum von Tokio. Stadt der Outlaws. Spielwiese für Kriminelle, Händler, Piraten und Nutten. Ninsei. Heart of Night City, Tokio. Ninsei. Zentrum von Night City, Tokio. Panther Moderns. Youth Culture. Panther Moderns. Nihilistische, technofetischistische Söldnertruppen. Tragen mimetische Polycarbonatanzüge, die sich an die Umgebung anpassen und dadurch ihre Träger unsichtbar machen. Jugendkultur. Personality Rom Construct. Recorded person safe digitally. Personality Rom Construct. Digitale Repräsentation der erfassten Merkmale einer Person. New Romancer. Hörspiel in drei Teilen von Alfred Behrens. Nach dem gleichnamigen Roman von William Gibson. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Darsteller. Erzähler. Matthias Schävenikas. Case. Gerard Merz. Molly. Marion von Stengel. Linda Lee. Dorothea Gedicke. Glossar-Stimmen. Jeffrey Zach und Konstantin Graudos. New Romancer-Stimme. Max Hirsch. Computerstimme. Markus Meyer. Winter Mute. Boris Alinovic. Armitage. Ronald Marx. Dixie Flatline. Christian Standke. Malcolm. Errol Trotman-Harrwood. Julius Dean. Alexander Ratzung. Peter Riviera. Markus Hoffmann. Finne. Thomas Morris. Terzi Bashian. Typhoon Bademsoy. L.A. Rastergreise. Errol Shaker und Michael Trainor. Yonda Boy. Jeffrey Mills. Ansager. Ato Yanka. Michelle. Beranger Palix. Musik vom Label More Music aus Berlin. B. Fleischmann. Hessen. I.S.A.M. Lali Puna. Manufracture. Micha Archer. Mum. Styrofoam. The No Twist. Gesang. Jane Comerford. Klavier. Jeffrey Lee Mills. Bass. Frank Skripczynski. Ton. Klaus Schumann und Peter Kainz. Technik. Claudia Jira. Regieassistenz Wolfgang Siesko. Regie Alfred Behrens. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2003.